Das Martyrium hat ein, sagen wir mal, vorläufiges Ende. Viel mehr will ich noch gar nicht sagen dazu, denn die Frage ist tatsächlich, ist das jetzt alles gewesen? Können wir jetzt endlich wieder rein? Geht es wieder nach oben oder müssen wir doch damit rechnen, dass es doch noch mal mehr wird? Es ist spannend, es bleibt spannend. Im großen Bild hat sich nichts verändert, deshalb will ich da nicht drauf rumkauen. Wir haben die Marken da oben noch mal im Blick. Ihr habt das in den alten Videos ja gesehen, ich habe es ja immer wieder erwähnt. Diese Zone hier und die ist auch nach wie vor, ob mit Dreh oder nicht Dreh, noch nicht vom Tisch. Was haben wir denn jetzt jüngst gekriegt? Gucken wir uns das noch mal an. Schauen wir zuerst auf den DAX und dann auf die Amerikaner. Dann sehen wir, dass wir seit dem Tief, was wir jetzt hier hatten, immerhin eine Aufwärtsbewegung haben. Das ist ganz klar nach oben. Wer sich da nicht sicher ist, ob das nach oben ist oder nicht. Wir hatten hier den tiefsten Punkt in diesem Chart, der ist leicht auszumachen. Aktuell steht da, naja, man hätte das hoch auch richtig treffen können. Er steht ungefähr hier. Das ist offensichtlich eine Aufwärtsbewegung. Also aufwärts, yep, ist das auch schon wirklich was ganz tolles. Dafür ist es ganz schön runter, ganz schön viel Überschneidung. Ich muss sagen, so richtig der Burner ist es noch nicht für die Aufwärtsrichtung. Also da ist durchaus noch mal Gefahr da, dass es noch mal nach unten geht. Das würde eigentlich sogar gar nicht so unschick sein. Die letzte Abwärtsbewegung, die wir haben, im Vergleich so zu diesem ersten Teil, ist sehr viel länger als der erste Teil. Und das ruft ein bisschen nach. Hier ist eine Pause, dann kommt hier noch mal eine Pause und danach kommt es noch mal einmal runter. Und dann wären wir ja schon fast da, wo wir ja schon gesagt haben, dass der Kurs realistisch hin kann. Und dann hätten wir auch hier die alten Tiefs noch mal angesteuert. Also mich würde es eigentlich gar nicht wundern. Es wäre sogar ein schönes, ein klassisches Bild, wenn das so aussieht. Nicht immer ist es klassisch an den Märkten. Also insofern bitte nicht sagen, oh, wenn es klassisch ist, dann passiert das auch so. Aber wir sollten das im Hinterkopf behalten. Insbesondere solange der Markt hier nicht wirklich aus dem Quark kommt. Also da merkt man schon, dass so richtig Begeisterung noch nicht da ist. Also mal sehen. Gucken wir mal auf den amerikanischen Markt und vergleichen das mal. Denn wir wissen, dass der DAX ja ganz gerne nicht unbedingt ganz allein unterwegs ist. Dass er sich Rückendeckung von amerikanischer Seite holt, ist ja nicht ganz untypisch. Und wenn wir hier mal gucken, so auf dieses letzte Ende, also auch hier diese starke Rücksetzer hier. Wir sind hier unter diesen Trendkanal gekommen. Wir sind hierhin, dahin. Eigentlich sind wir schon hier. Also auch hier fast ähnlich der Markt dahin, wo wir es eigentlich gerne gehabt hätten. Eigentlich kann er doch schon nach oben. Ja, tatsächlich. Die Voraussetzungen dafür sind gar nicht so schlecht. Denn hier haben wir vielleicht anders als beim DAX dieses Tief schon oder diese klassische Zone eben erreicht, an der eine Wende nicht unrealistisch ist. Und das dürfte dem einen oder anderen Bullen Mut machen. Tatsächlich kommt es jetzt im Moment nach oben. Und wenn man sich das mal anguckt, Mensch, das ist doch genau das, was du immer sagst. Dieses typische dreiwellige, das Korrektive. Ist das nicht ein Zeichen, dass es nach oben geht? Fast ja. Jetzt müssen wir uns mal angucken. Das alleine. Okay, ein klassischer Trigger hierfür wäre hier mit Erwartungshaltung, dass sich das hier hinten nochmal fortsetzt. Also durchaus gegeben, dass der Markt nochmal nach oben kann. Insbesondere, wenn wir hierhin durchgehen. Das ist das Hoch vom 25. Vormittag, Mittag, so ungefähr 34.260. Also bitte nochmal nachchecken. Auch der Preis hier auf den Future gerechnet. Das ist beim Index beziehungsweise, falls ihr abweichende Instrumente handelt, vielleicht ein bisschen anders. Aber als Grobrichtung sollte das schon orientierbar sein an dieser Marke. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht, denn das ist ganz klar wackeliger. Wenn das Wackelige zu Ende ist, das ist hier an so einer Marke durchaus ein guter Hinweis, da müsste es eigentlich steil nach oben gehen. Und das ist das Tolle an der Geschichte. Es geht doch gerade steil nach oben. Vielleicht kriegen wir hier sogar für die kürzerfristigen unter euch nochmal auf der kleineren Ebene nochmal einen Trade hin. Nämlich, wenn dieser Schub hoch früher oder später mal wackelig runterkommt, dann ist diese Fortsetzung sehr, sehr typisch. Jetzt gibt es eine Sache, irgendwas zu maulen ist immer. Er hat ja immer was zu maulen, der Rüdiger. Also tatsächlich hat er das auch. Nämlich in diesem Fall, das, was ich hier sehe, macht einen sehr dreiwelligen Eindruck. Und wir wissen, dreiwellig ist eigentlich eher korrektiv und nicht impulsiv. Wenn wir ganz genau uns erinnern, dann werden wir feststellen, das hatten wir doch hier auch schon mal so ähnlich, wo ich auch nicht ganz glücklich war. Nachher hat es der Markt aber nicht interessiert, ist der Markt nach oben gegangen. Also ich sage mal, das ist so ein bisschen ein Warner. Trotzdem auch sowas, selbst wenn es vorne so ein Zigzag hier nach oben ist, da hinten so ein Zigzag. Es muss jetzt nicht exakt gleich sein, also bitte nicht sofort mit dem Rücksetzer rechnen, nur weil ich das hier jetzt so übernommen habe. Aber es gibt sowas auch. Das ist ein Double Zigzag, also zwei Zigzags. Wäre eine klassische Korrektur. Und wenn diese Korrektur wirklich zu Ende ist, dann wäre es hier nochmal einmal nach unten gar nicht so untypisch. Ähnlich wie das, was wir beim DAX eben besprochen haben, nämlich hier, dann war hier so eine Gegenbewegung, dann hier und dann ist hier jetzt nochmal so eine Gegenbewegung und dann nochmal runter. Dann wären wir auch noch ein bisschen tiefer in diesem Raum drin und dann hätten wir die guten Voraussetzungen eigentlich für nach oben. Wobei die 33, die hatten wir häufiger mal angesprochen, die hat er ja nahezu pünktlich gesehen. Insofern müssen wir das nicht überbewerten. Aber ich sage mal, dieses Bild hier wäre jetzt auch nichts wirklich Außergewöhnliches. Das heißt, bitte noch nicht zwangsweise sagen, es kann nur nach oben gehen. Wir müssen damit rechnen. Ja, wie sollte man jetzt damit umgehen? Was viele nicht so gerne mögen ist, es kann das und es kann das. Naja, legt euch auf eins fest und wisst halt, wenn es dann wirklich so nach oben geht, verdient ihr ja eine ganze Menge. Dann ist der Einstieg hier, euer Ziel ist hier, dann ist das ungefähr so eine Gewinnseite. Wenn ihr falsch liegt, wenn es wirklich nochmal runter geht, könnt ihr das mehr oder weniger hier stoppen oder da. Das heißt, ihr habt diese Verlustseite. Das ist etwas, was wir als Händler nicht aus den Augen verlieren können, können es gut, dürfen. Nämlich die Überlegung, wir wissen nicht, was passiert. Ich kann euch das nicht sagen, es kann das eine oder das andere passieren. Nur wenn es das bullische Bild ist, dann habe ich eine recht gute Chance, recht viel zu verdienen und kann es einigermaßen eng absperren hier mit dem Stopp, wenn ich falsch liege. Oder umgekehrt, nehmen wir mal, ich mache die Short-Seite nochmal, dann wäre das ja auch erst dann hier, zum Beispiel wackele ich hier, dann wackele ich wieder hoch, also so in der Richtung hier. Und dann hätten wir relativ wenig auf der Stopp-Seite, aber ja dann nochmal einiges an Gewinnseite. Also ihr seht, so ungefähr, ich hoffe, wir kommen in meinem Geschmiere hier klar. Also selbst wenn wir nicht so genau wissen, was passiert, selbst wenn wir dann akzeptieren, ja, wir liegen dann halt häufig auch daneben. Ja, aber jedes Mal haben wir eine realistische Chance auf einen großen Gewinn bei einem übersichtlichen Verlust. Und das können wir theoretisch in beide Richtungen handeln. Im Zweifelsfall bleibt das hier bei uns hängen, im guten Fall bleibt das bei uns hängen. Da können wir nicht viel falsch machen, selbst wenn es eine 50-50-Chance ist. Also bitte nicht aus den Augen verlieren. Wir wissen das hier noch nicht genau, aber wir können die Indizien nutzen, die wir haben, nämlich mit, was ist die letzte Schubbewegung, was wäre, wenn wir jetzt eine wackelige Bewegung als Gegenantwort bekommen, dann eben in die Trendrichtung, wenn der Kurs das Ganze bricht. Wohlwissend, dass wir mehr auf der Gewinnseite haben, als wir dann klassischerweise riskieren müssen. Beim S&P ist es grundsätzlich genau das Gleiche. Also auch hier das recht schön anmutende Korrekturbild, allerdings ebenfalls dieses dreiwellige, wenn auch sehr viel steilere. Also ich finde die Longrichtung auch von der Seite aus besser. Der spricht dafür, auch der ist schön steil, aber er ist halt leider dreiwellig. Das ist so das kleine Fragezeichen hier. Wenn man mich nach Qualität fragen würde, würde ich sagen, also ein richtiger A-Trade im Sinne eines Impulses mit ganz viel Ziel nach oben ist es nicht, weil es hier doch eine Frage aufwirft, aber es ist durchaus etwas, was man trotzdem entsprechend anpacken kann. Nasdaq hier ebenfalls natürlich diese Dreiwelligkeit, aber ebenfalls hier die Korrektur. Vielleicht hier mal dieses Zwischenhoch. Beim Future ist das 14.380 und das Hoch von 25, also von heute 10 Uhr, 11 Uhr, sagen wir mal so um den Dreh. Dieses Zwischenhoch wäre ein möglicher Trigger in der hoffenen, vollen Erwartungshaltung, dass der Kurs erstmal nochmal nach oben geht. Und dann werden wir sehen, ob er das nur als so ein Zwischenintermezzo macht oder ob er sagt, hier Rüdiger, brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir sind weit genug gefallen. Lass den armen Kerl doch mal wieder richtig steigen. Auch das Bild geht, insbesondere solange die aufwärts stark und die Abwärtsseite schwach, wackelig, kurzüberschneidend ist. Also keine schlechten Voraussetzungen aktuell. Ich glaube mal, das wiederauflebende bullische Bild vorläufig scheint echt eine gute Chance zu haben. Das ist zumindest vorläufig, vielleicht heute, vielleicht morgen, erstmal sich aus diesen tiefen Regionen wieder ein bisschen nach oben verabschiedet und dann wird man sehen, ob es dann eben doch nur wackelig hoch geht oder ob es doch steil hoch geht, aber dann eben wackelig runter. Und ihr wisst ja immer, die steile Richtung, das ist die, die wir idealerweise aufrechterhalten und die wackelige, die Gegenrichtung, sprich die letzte steile war abwärts. Blöd wäre es, wenn er jetzt wackelig nach oben kommt, denn dann wäre ja die Abwärtsseite die steile und würde sich entsprechend so fortsetzen, idealerweise nach dem Trigger. Da wir das allerdings von so einem Bild relativ gut unterscheiden können. Malt euch beides notfalls mal auf. Ja, die sehen anders aus. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Viele Überschneidungen hier, Bruch nach unten, zack, keine Überschneidung nach oben, Überschneidung nach unten, zack, das jetzt Bruch nach oben. Ich denke, das ist relativ einhellig. So, in diesem Sinne erstmal keine schlechten Voraussetzungen. Ob das schon das Ende der Bären-Saison ist, werden wir sehen, aber die Chancen steigen, dass es nicht mehr so arg weit geht. Wir haben es beim DAX und Dow gesehen, die sind da, wo wir sie gerne gehabt hätten, ohne es böswillig zu meinen, aber für eine charttechnische Korrektur. Nasdaq und S&P sind da ein bisschen offener von der Seite aus, aber auch der breite Markt, wenn man sich den Russell 2000 anguckt, also der breite Aktienmarkt ist ziemlich da, wo man typischerweise davon ausgeht, dass er ganz gerne hingeht. Wollen wir ihm also nicht vorwerfen, dass er das Typische auch ausnutzt, sondern feststellen, dass so eine klassische Korrektur, die wir hier jetzt eben haben, ja, durchaus etwas ist, mit dem man regelmäßig rechnen sollte. Seitwärtskorrektur in diesem Fall offensichtlich und dementsprechend beste Voraussetzung, dass, falls die Bullen nochmal aufleben, hier der Anstieg nochmal kommt. Wir dürfen nicht vergessen, morgen ist ja die FED-Zinssitzung bzw. das Zinsergebnis, was bekannt gegeben wird, wobei der Fokus wohl nicht so sehr auf dem Zinsergebnis dann liegt, also ob die Zinsen angehoben werden oder nicht, sondern mehr auf dem Statement um kurz nach 8, Viertel nach 8, beziehungsweise um 8 Uhr dann plus X, bis es dann eben überall veröffentlicht ist und um 20.30 Uhr dann eben, also beides abends, dann 20.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Ich denke mal, vielleicht kann da der Anker gelegt werden für die nächste Bewegung und dann sehen wir, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren. Mit einem Schub und einer Korrektur haben wir die Richtungsentscheidung schon sichtbar gemacht. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.